Grüßt euch liebe FCA-Fans zum heutigen Heimsieg gegen die Medikamentenfußballer aus Leverkusen. Nachdem die Pharmabranche ja momentan große Lieferprobleme hat, haben sie die Leverkusener bestimmt gedacht, fahren wir mal nach Augsburg und holen uns die drei Punkte. Aber da wird nix draus, weil, wie ihr hier Seher kennt, hat unser Mannschaftsarzt seine eigene, beeindruckende Lieferkette. Und damit versorgt er unsere Jungs pausenlos mit schwäbischer Hochleistungsmedizin. Jawohl! Von Zwetschgen-Datschi-Tablettern bis zu Lechwasser-Zäpfeln bekommen unsere Spieler pausenlos schwäbische Hochleistungsmedizin geliefert und drum liefern sie heute auch schöne Tore. Und die Leverkusener können dann ganz geliefert wie der Heimfahrer. Unsere Fans liefern dazu noch schöne Gesänge und dann, dann gewinnen wir heute mit 3 zu 2 und zack! Fürzeich! Servus!